Kristen Stewart und Dylan Mayer sind seit 2019 ein Paar. Inzwischen haben sich die beiden sogar verlobt. Wir haben euch ihre süße Liebesgeschichte zusammengefasst. Nach früheren gescheiterten Beziehungen wie zu Twilight-Filmkollegen Robert Pattinson und Model Stella Maxwell hat Kristen Stewart offenbar endlich ihr Liebesglück gefunden. Mit Dylan Mayer scheint die Schauspielerin auf Wolke 7 zu schweben. Ihre Liebe gleicht der in einem romantischen Film und tatsächlich lernten sich die beiden an einem realen Filmset kennen. Kristen Stewart ist Schauspielerin, Dylan Mayer Drehbuchautorin. Ihre Jobs in der Filmbranche haben die beiden sozusagen zusammengeführt. Doch welche hat bei den zwei Frauen eigentlich den ersten Schritt gewagt? Es war Kristen, die sich traute Dylan, ihre Liebe zu gestehen. In der Radioshow von Howard Stern erzählte Kristen von diesem besonderen Moment. Es war ziemlich spät und wir waren in irgendeiner Bar und ihre Freunde waren da. Und die gingen raus und ich sagte nur, ich bin so hart in dich verliebt. Fertig. Ihr Mut und ihre Offenheit haben sich ausgezahlt. Im November 2021 machten sie die schöne Nachricht öffentlich, dass sie sich verlobt haben und heiraten werden. Wir werden heiraten, wir werden es tatsächlich tun, verkündete der Twilight-Star in der US-Radiosendung The Howard Stern Show. Trotz glücklicher Beziehung war der Weg dahin aber wohl nicht so leicht, denn Kristen erzählt, dass sie lange gebraucht habe, um Dylan dazu zu bringen, ihr einen Antrag zu machen. Die Schauspielerin teilt ungewöhnlich viele Informationen aus ihrem Leben, indem sie von der Verlobung berichtet. Über ihre frühere Liebesbeziehung zu Robert Pattinson gab es bisher nur wenige Statements. Umso schöner für ihre Fans, dass die Brünette ihren großen Schritt mit ihnen teilt. Ein Hochzeitsdatum ist noch nicht bekannt, aber wir sind schon gespannt und hoffen, dass Kristen uns mit ein paar hübschen Hochzeitsfotos erfreuen wird. Bis dahin freuen wir uns auf die ein oder anderen gemeinsamen Red-Carpet-Auftritte der beiden. Bei den Academy Awards 2022 zeigte sich das Paar total verliebt, hielt Händchen und posierte in sexy Looks. Sogar ein liebevolles Küsschen konnten die Fotografen einfangen. Wirklich süß, die beiden. Wir sind schon gespannt auf weitere Pärchenfotos und wünschen Kristen und Dylan für ihre gemeinsame Zukunft alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020